Und wie angekündigt geht es jetzt mit dem Ocolyten Uta weiter. Ja. Und wir haben Xhul. Wir haben Xhul. Xhul, Greymane, Jaina und Tazada. Und ich werde Xhul versuchen, den Arsch voll zu heilen. Ja. Ich mache den heiligen Heile Uta und klippe mich an Xhul ran. Und dann schauen wir weiter. Ja, das klingt nach einem Plan. Und wie es aussieht, dreht der Xhul heute auch mal ein bisschen schneller. Da, ganz kleines bisschen. Der ist nämlich jetzt schon weiter als der andere nach einer Viertelstunde war. Ach ja. Hm. Ich freue mich. Ja. Und haben wir es für heute auch schon geschafft. Dann geht es morgen oder übermorgen weiter. Da, da, da. Spiele ich wieder ein Brötchen. Fein, he, fein. Würde ich sagen. Fein, die Fein. Gut. Es ging wirklich schneller als die letzten Male. Au. Ah. Ah. In der Schwarzwasserbucht, ne? Ah. Ah. Ich könnte hier auch, das ärger mich so ein bisschen. Wir gehen gerade so ein bisschen viele Gedanken durch den Kopf. Könnt ihr auch offensiv spielen, ne? Und dann, na ja. Machen wir das so. Bisschen harassen, wie ist es so schön. Uh. Wir haben ein, äh. Äh. Ein Abator. Den könnte man umsäbeln gehen. Sehr schön. Und er ist auf unserer Lane. Bup. Oh, ja. Na, komm schon, komm schon. Bup. Sehr schön. Ist das so? Ich sitze mich mal einmal kurz auf mein Pferd. Guck hier rein. Und dann gibt es da einmal eine Heilung für ihn. Ach, shit. Oh, 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 oh. Mal auf Cooldown. Wie haben wir es denn? Oh, halb und halb. Rayman in der Mitte hat es verkackt. Ja, aber. Die gibt ja noch nicht ab. Die Waller. Das stimmt nicht. Aber nicht, dass die Waller abgibt. Huuu. Ja, ich spiele halt viel zu offensiv, sag ich doch. Zack. 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 So. Sehr schön. Aua. Ja. Haben wir gut gemordet. Würde ich auch sagen. Sehr schön. Sehr schön. Super gut. Das funktioniert ziemlich gut, muss ich sagen. Äh. Oh, 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 oh. Ah. Mist. Ist das nicht. Doch, wir müssen das so ein bisschen machen. Das ist immer ein bisschen. Ein bisschen Mischmasch. Aber Mana ist schon ein Problem. Aber Mana ist schon auf jeden Fall ein Problem. Von unserem guten Uter. Hup. Aber Tor auch mal ein bisschen Schaden reindrücken. Nein, die kommt davon. Nee, die kommt davon. Brauchst du nicht mehr. Das lohnt da nicht. Ich mag auch die Skelette. Also, äh. Das funktioniert alles ziemlich gut. Ah, komm schon. Blöde Kuh, blöde Kuh, blöde Kuh. Mist, 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 Mist. Äh. Äh. Ach, jetzt wirst du nicht mehr, oder was? Jetzt wirst du nicht mehr spielen. Erst mich hauen und anteasen, aber dann nicht mehr spielen wollen. Das sind mir die richtigen. Hallo. Ein bisschen Heilung für dich. Oh. So. Ja. Ich würde sagen. Das hier. Genau. Ein bisschen so. Und da haben wir den Turm gefällt. Gut. Ne? Oh, eine Sekunde. Ja, gut. Hat er immer einen Stress? So. Ah, lockt ihn zu mir. Ja. Sehr schön. Wo habe ich denn jetzt die... Na gut. Hat er der 5 dabei? Das ist ja ärgerlich, würde ich sagen, an seiner Stelle. Oh ja, macht einen auf Schütze. Oh ja. Ja. Oh. 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 Und da haben wir noch die Kugel. Ach, da war ich plötzlich wieder ruhig. Ich nehme den Sturm. Macht der auch Heilung? Bup. Naja. Ja, das ist ein bisschen was umsonst. Was haben wir denn hier eigentlich? Achso. Ah. Ah. Puh. Shit, ey. Das, äh. Oh, knapp. Knappes Gerät. Äh, okay. Okay, 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 okay. Macht mal ein bisschen vorsichtig hier, Freunde. Zack. Ja. Sehr schön. Ah. Oh, das war ich. Ah, egal. Äh, 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 was machst du denn? Gott. Gott, 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 Gottchen. Oh, das war ich. Oinde. Was machen die denn hier? Äh. Ok. Ich muss dir mitteilen, du bist sehr mutig. Ok. Wenn ihr euch zurückzieht, dann gehe ich auch. Ok. Ok. Ich hoffe, ihr habt Lust über die Schätze, Kameraden. Ja, immer. Na, heiliges Licht, heiliges Licht ist das. Komm schon, stopp. Nein! 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 Oh! Fuck! Shit! Oh! Da habe ich nicht an die Münzen gedacht. Map-Awareness! Map-Awareness! Wuhu! Scheiße! Mann, bin ich kacke! Mann, bin ich kacke! Was ist denn hier? Was ist denn hier? Ich bin ein Arsch! Ah, egal. Holt sich hier unten das keiner? Na, dann gehe ich da hin. Ja. Kein Problem. Ich habe kein Problem mit. Wir haben noch 60 Stück. Dann haben wir 11. Eventuell. Vielleicht sterbe ich auch dabei. Wer weiß das schon? So. Ja. Puh. Oh Gottchen! Oh Gottchen! Oh Gottchen! Hup! Ist das so? Dass das vernünftig war? Jaaaa... Darf ich jemand helfen? Ne. Darf ich jemand rückzug haben? Das ist aber auch... Zul ist auch mutig, muss man dazu sagen. Zul ist sehr mutig. Was haben wir denn hier? Oh! Oh! Mhm. Ähm... Jaaaa... Da ist jemand sehr sehr mutig. Ähm... Held abgemurzt? Hup! Komm zu! Lauf doch nicht raus! Ist das so? Ja... Muss ich mal ein bisschen Auto-Attacks machen? Möge die Ehre mich leiden! Was haben wir denn? Wir haben... Wir haben... Wir haben... Zehn haben wir... Geben mal ab! Auf jeden Fall. Auf jeden Fall! Hm... Sehr klug! Jaaaa... Rückzug zurück zurück! Was ist euer Problem? das ist nur eine lily erst mal sehr schön gut oh hup ähm, wo hast du sie abgezogen? ne, wo sind die denn hin? wie haben die? warum die denn hin? achso schön, schön ähm wir brauchen ein paar mehr egal, ich hole mir einfach alle mhm, geh da einfach hin geh da hin, hilf denen ich kümmere mich um den spaß hier da haben wir es gleich so genau die brauchen wir und dann können wir uns von den beiden Türmen auch verabschieden dem und dem oder auch nicht hm das wird nicht reichen das reicht noch nicht das ist ärgerlich ähm ähm oh just oh oh ach, man zu, du schaffst das aber auch immer, ne? so, wir haben mit einem herumgewuselt hm, hm, hm mhm das hat er? das hat er? das war nicht so schlau? mhm mhm hier was gehört? das ist der 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 die ja der heilung ist schon nicht schlecht die ich raus aber 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 das ist eine gute idee meinte blöde kuh kann die sprinten ist doch zum kotzen da liegt eine münze da springt sie aber weg so eine kleine kleine miese so eine kleine miese ich will eigentlich nicht sterben aber ich nehme das einfach mal mit genau so einfach ganz gehen ja ein bisschen druck hier machen das war alles andere als ein gg aber okay na ja wir haben gewonnen ich krieg mein gold ich bin für euch durch ich will mich nicht beschweren aber wir wollten halt den tower klein kriegen die citadel naja gut wenn sie das meinen wenn ihnen das hilft okay ganz wie gold